Ja, hallo, Vienna Online, hier ist der Waterloo und der Ricky Berger. Wir sind heute hier in der Lugner City und präsentieren unser neues Album Baby Blue. Das ist die grafische Unterstützung von Waterloo, vielen Dank. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Es geht um ein interessantes Album, es geht um Generationen, das heißt erst 30 bis 70. Und das zusammen, glaube ich, ist ganz gut, sehr ehrlich, sehr freundlich und sehr charismatisch gekommen. Ganz genau, das hier ist ein Platz, wo sich mehrere Kulturen treffen, wie man weiß, wo sich alt und jung trifft, genauso wie bei unserem Album ist es ja eigentlich genauso. Im Homepage muss man sagen, von Vienna Online weiß man sowieso www.viennaonline. Und von dir? Oder auch www.vienna.at, sagen wir so. Und bei uns ist es ganz einfach www.waterloo-berger.at Und was kommt nachher dann noch? Nix, das passt.